Ich möchte noch was wissen. Was würde passieren, wenn? Da kann man das gar nicht mehr anstellen, das war nur am Anfang. Oh, das Video retten oder zu Quent stehen? Wenn ich das Video rette, dann ist ich mal wieder sauer auf mich. Ach komm, wir stehen zu Quent. So, wie fühlt sich die Katharsis? Generellt? Schadellt. Aber auch... Ich glaube dafür hat es sich gelohnt. Warum hast du Safias Buch gecancelt? Warum hast du Safias Buch gecancelt? Du musst alles wissen, Max. Sie ist meine Freundin. In meiner Erfahrung... Einige Mysterien sind besser davon entfernt. Jetzt... Schauen wir mal, ob ich mich finden kann, was Reggie sah. Oder denkt, was er sah. Den tatokundigen Nachricht von Safi ansehen? Ich... 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 Und... vergiss es ignoriert mich liegt vermutlich am stress da so ist okay das ist gruselig geht es dir gut ja ja das komme ich aber nicht das komischste was mir hier passiert ist komisch tafel ansehen wo kann ich die zeitlinie ändern ich bin hier schon eine richtige zeit okay dann einfach meint dachte ich zumindest wenn ich kann mir die hotspots ja schon anzeigen lassen aber ich möchte ach hier kann ich wechseln okay ansehen beweismarkierung planermittel was zum hänker danke für deine hilfe mit reggie und da verursachter ich getroffen habe am lieben ich verashszyte deine Hilfe mit reggie oh das das war das nicht nur ich konnte reggie ist meine liebende wولig wundern du denkst das dass reggie Nein, er sah sich selbst. Es macht es so... real. Wait... Suicide tip? One of the B cops let us slip. You run a successful podcast for a few years and you find ways to get people to open up. Speaking of opening up, I got a lead. I could cut you in. Y'a la soeur. If you know something, cut away. I was hoping you'd say that. Maya Okada. One of Safi's classmates during undergrad. They were friends. Then... Maya died a couple years back. Suicide. Apparently. You think it's a pattern? Maybe... Yeah. Two promising young riders, both dead, both by their own hand according to official sources. But Safi didn't kill herself. Like I said. A pattern. Maybe. Explain something to me. Safi. Why is this so important to you? Safi was my friend. Because I hate it when things don't make sense. I have to go. I have to go. Is anything... To the right tool. To the right tool. Things can be allowing you to do it. We got 10 or more. Twoàn screws. Like I have to go on for this portal. What? My close request for this system chat. Ich habe deine Texte bekommen. Ich versuchte, aber du hast nicht geholfen. Es ist cool, Max. Alles ist cool. Es ist nicht cool, aber es ist nicht cool. Es ist nicht. Wie schlimm ist es? So, wass the damage? TLDR version? Pretty sure I'm the number one suspect. What? Why? Besides that being true for most of my life? Hmm. Well, I did... I did do something. I took Sophie's camera. I know. But why? Moses. Why did you... It wasn't like a rational decision. I wasn't thinking. I just... When we found her that night, I saw the camera. And I thought the last picture she took in her life was that selfie of the three of us. And Sophie would never want to have that camera, that picture... in the hands of the fucking police. So I brought it back to my office. And then I realized, what the fuck am I doing? That's evidence in a murder case. So I just... hit it in there. In my office. Dude, dude. Oh Gott. All of this. I saw... And now I don't know what to do. Alright. Maintenance tech is on his way to... To unlock your office, Mr. Murphy. Then I'll just have a look around inside. Shit. I've gotta get Sophie's camera out of there. Somehow. Now. Unless you have a key card. Miss... Caulfield. Do you have a key card? Are you with the police? Do you need a warrant to search my friends office? Max, please chill. Vincent Alderman. Vermont State Police Detective. I'm the new lead investigator on your friends case. In this instance, Dr. Fayad has granted permission to search any property belonging to Calidon. I'm pretty sure you still need a warrant. Universities don't own all the equipment and... Just drop it. Max. Miss Caulfield, I do need you to leave the area for the time being. Will you be okay? Mr. Murphy will be fine. I'll come back. Promise. Okay. Now's my chance to get into Moses' office. Where's a place I can shift to the other timeline? Neuer Tagebucheintrag. Wie du wahrscheinlich weißt, sagte mein Instinkt mir, ich soll kein USB-Stick aus den Flammen retten, aber wer bin ich, ihre Katharis zu verweigern? Auch wenn es nicht ewig anhalten wird, es geht ums Prinzip. Weißt du, kannst du dir vorstellen, wie die alte Max, die du kannst, das sagt? Max, bist du beschäftigt? Max, ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Max, Labornaubfall. Brauche dich. Okay, aber sonst haben wir nichts, ne? Warte mal. Sammlerobjekte. Moses' Büro. Carlos, Schreibtisch 6. Okay. Ein Fahrrad? Wow, diese sind schwerer Handwerken. Ich kann nichts durch sie sehen. Ich will von Kalyan ansehen. Kalyan Campus im Winter. Ich dachte, das war schön. Jetzt macht es mich einfach an Safi. Hm. Hier kann ich ändern. Doppeltüren. Bitte öffnen in Moses' Büro, ich denke. Na dann. Vielleicht kann ich einen Weg in Moses' Büro von dieser Seite finden. Okay. Wissenschaftlicher Fakt. Kleine Schwester sind die Besten. Ey, große Bruder sind auch nicht schlecht. Das ist ihr Moment mages. Verdammt. Das wird dir so peinlich sein, Moses. Warte, ich zeig's dir. Anscheinend haben wir hier eine zukünftige Resistenz-Kisterung für Kalyan. Ich fühle schon mal die nötigen Schriftstücke aus. Ein verschwindeter Nachmittag. Ich investiere in einen Geo-Zeug für mein Handy, also versuch diesen Scheiß nicht nochmal. Oh gut, du hast es gefunden. Ich warte auf meine Entschuldigung. Was zum Teufel soll das bedeuten? Denk darüber nach. Mir ist nicht nach 20 Fragen. Wo war es auf meinem Schreibtisch? Aber ich habe es nicht dort liegen gelassen. Dein Handy wurde geklaut? Hast du erinnern, wer es war? Ich trete nicht in deinem Podcast auf, Loretta. Es war kein wahres Verbrechen, sondern einfach nur Scheiße. So, dann. Würde ich mal sagen. Geh mir doch einfach hier rein. Hey. Vielleicht kann dieses Moses mir die Kamera finden. Nachdem ich mich hier einmal umgeschaut habe. Und da mache ich mich da. Ich warte mir nicht. Ich warte auf mich auf meine Geräte. Ich warte mal. Ich warte auf deneren Stoichern. Die haben mich nicht so lange gegen mich geschaut. Ich warte, daétait mal auf den Todesauschland. Ich warte mir, dass das nicht mehr so schnell gut gewaltt. Ich warte mir, dass das immer so schnell. wertverlässig zu . A enough left field, but if you are going to hide something personal in this lab, where would you put it? If this is about my dream diary, trust me you'll never find it. I'd never bring it to campus. . . Was Verbotenes. What's with all the questions? Oh! Moses! Do you need me to hold something, or can I help somehow? Actually, yeah. I need an allen wrench. On it. Um... Got one around here? No, I borrowed one from Carla, but I think she took it back. If you can go grab that from her, I'll owe you. Okay. I can't go looking around for Carla. I need a faster way to get Moses a wrench. I bet Moses knows something interesting about every one of these stars. I can't get over how busy everyone is in this timeline. Hi, Moses. Ich habe gestern Abend meinen Inbus-Schlüssel zurückgebitzt. Einige meiner Erstis brauchen Hilfe für den Robotik-Test. Und ich konnte meine Fans nicht warten lassen. Sag Bescheid mir nur noch raus. Ich schaue mich noch kurz um, ob hier vielleicht das Polaroid-Foto ist. Ich hoffe, Moses hat sicherlich unseren Zielgruppen. Diese sind süß. Jetzt kommen wir eh wieder zurück, von daher. Ich hoffe, Moses hat seine Wohnung mit diesen als Kind. Das ist neu. Ist das Herkules? Okay. Ich brauche diesen Allen-Wrensch. Und ich brauche schnell zu sein. Panik-Attacke klingt, als würde man einfach nur ausflippen. Als gut Kumpel kann jeden passieren. Bin ich überzeugt, dass es stimmt. Aber danke, dass du mir zur Krankenschwester gekommen bist. Oh ja, willkommen in der Hölle. So ein Scheiß. Wir beten für dich. Lass es bitte. Ich hasse es, dass mein Gott sich erinnert, dass es mich gibt. Oha. Polaroid-Foto. Polaroid-Foto. 3D-Drucker können wir uns ansehen. Interview-Auszug. Katzenposter. Was ist da? Ich fühle mich, dass ich das jetzt verstehe. Vielleicht habe ich mit dem Alter besser geworden. Wo ist der Imbusschlüssel? Leiter ansehen. Das muss sein, dass ich auf dem Mural arbeiten muss. Raketenschiff Tessa. Der Schwerer dieses Mugs kennt sicher, dass unsere Zielgruppe. Ach, da ist der Imbusschlüssel. Wir haben immer noch den Tulettenschlüssel. Lieferschein. Das muss man ausgelöst haben, als Moses raus war. So, dann. Back in Action. Hier ist ein Imbusschlüssel. Das muss man ausgelöst sein. Ich finde einen Mann, der im Namen Allen. Aber er hat nicht so etwas über einen Wrench. Nein, Max, nicht literalisch. Allen, es ist ... Oh. Du bist eine Lebensverwahrung, Max. Dad-Geräusche. Ich werde niemals entspringen für meine Dad-Geräusche. Und du bist willkommen. Du zeichnest? So, did you want some tea? Um, yeah, if you don't mind. With the contrabrin kettle, right? Just... give me just a second. Sure. So the cabinet is a secret hiding spot. Let's hope the other Moses hid the camera in this same place. Definitely need that. So, dann nehmen wir mal den Schlüssel. Dann wechseln wir mal wieder die Zeitlinie. Weihnachtskarte. Oh, sorry Max, weiß ich nicht. Oh, Maggie is cute. They are all cute, really. Was ist denn jetzt passiert? Das Spiel hat sich geschlossen. No, hast du das letzte Mal gespeichert? Ach so, okay. Ach, das können wir leider nicht überspringen. Das Spiel hat sich einfach geschlossen. Schlimm, schlimm. Das Spiel hat sich doch gut drauf. Oh, sorry. Das ist schon. Ja, das war's. Ich bin in große Seite. Und das ist wichtig. Wir haben sie nicht als nächstes Mal. Ich schlafe. Okay. Dann habe ich mich auf eine Art Schale, in der neige Zeitlinie. Ich habe es nichtераard. Ich habe deterioriert. Vielen Dank.